Das ist der Wettkönig des Abends. Philipp Auerswald fährt mit Schlittschuhen auf der Bobbahn. Und, kaum zu glauben, ganz nebenbei baut er noch eine Überraschungsei-Figur zusammen. Ich finde, das war eine schöne Kombination aus Hochrisiko und Geschicklichkeit. Das hat mir gut gefallen. Also die waren alle toll. Aber ich hätte auch, ehrlich gesagt, den gewählt. Wenn man mal davor gestanden ist, dann weiß man, wie steil es manchmal ist, wie es eng dazu geht. Und da runter zu fahren und noch so ein Teil zusammenzubauen, das ist schon ein absolutes Highlight und auch verdienter Sieger dann. Dass der Typ gleichzeitig noch irgendein Überraschungsei-Ding, das kann ich übrigens ohne Schlittschuh meistens nicht zusammenbauen, das hat mir echt größten Respekt abgenötigt. Am Ende kann Philipp Auerswald jubeln. Denn er hat nicht nur die Wette, sondern auch ein nagelneues Luxusauto gewonnen.